Du hast gerade wieder Filme... Weisst du, weisst du... Nein! Lass uns mal zu! Wenn du so filmisch, das könntest du eigentlich am Bührer schicken. Das könnte ich schon, ja. Er hätte eine Hurenfreude gehabt. Richtig, kannst du mailen, ja. Weil er macht so einen Text dazu, weisst du? Was am Bührer? Am, 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 ja, am... Wer schon? Wie heisst? Nein, der... Ich sage... Wie heisst du denn? Die heisst... Ich sage... Ich sage... Ich sage... Ich sage... Oh herrlich... Wie heisst du? Ja... Ich sage... Ich sage... Wie heisst du? Der Vorname? Nein, nein, nein. Nein, der Megle. Der Megle, wie heisst der? Was? Wer macht der? Ja, die kennen ihn schon. Hat der Freude? Ja, die kennen ihn schon. Ich mach das, Freunde. Du mailen. Deine Stimme ist nicht vorher gespielt. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020